Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Impuls fürs Wochenende, 29. und 30.1. Ich habe euch gestern Morgen im Tagesimpuls schon erzählt, dass Venus jetzt aus der Rückläufigkeit herauskommt. Ja, Venus tritt wieder nach vorne, tritt ins Licht, wie wir im gestrigen Tagesimpuls schon gesehen haben. Und wie passiert das? Es passiert durch, ich bin aus meiner Balance geworfen, ja, ich werde in meinem Frieden blockiert und gestört, ja, und ich will jetzt, dass hinter diesem Berg die Sonne scheint. Ja, ich will, dass hinter dem Berg die Sonne scheint, ja, ich weiß, dass ich eine Hürde dafür nehmen muss, um in diesen Erfolg zu kommen. Und welche Hürde das ist, das sagen mir meine Engel dieses Wochenende ganz klar, ja. Okay, das sagen mir meine Engel ganz, ganz klar. Das ist eine Hürde, ja, das kann eine familiäre Schwierigkeit sein, ja, irgendwie ein frustrierendes Familienleben, eine gewisse Unversöhnlichkeit, ja, die sich jetzt schon seit einer halben Ewigkeit hinzieht. Das ist, ne, das ist, im Bett läuft's auch schon lange nicht mehr, ja, das ist so eine, ja, Unlust dann, ne, Unlust, Verdrossenheit, ja, das ist ein frustrierendes Sexualleben, das ist unfreiwillige Enthaltsamkeit. Also, ähm, wie nennen wir das immer so schön, ne, zweisam, einsam, ja, die Blockade ist ganz klar erkennbar. Ja, ganz klar erkennbar. Was einem, ne, wo die Freude hier die ganze Zeit unterdrückt oder blockiert wird, ne. Und diese Hürde wird jetzt erfolgreich gemeistert. Durch, ähm, kein Bock mehr drauf. Ja, kein Bock mehr drauf. Gucken wir mal rein, was wir noch dazu bekommen können, ja. Wie, wie passiert das, wie entsteht das? Ihr wisst ja, äh, Marci Marz, der hockt da jetzt noch länger drin, ne. Der ist ja ja gerade erst reingezogen und der hockt da jetzt noch länger drin. Und, äh, Venus hat da jetzt einfach mal den Kanal voll, ja. Ja, weil das, äh, irgendwie hier eine Frustration ist. Etwas, was den, den, den inneren Frieden, die Balance, ja, die ganze Zeit stört, ne. Weil, äh, Vorsicht, hier kommt ein Karton, ja. Und, ähm, jetzt, äh, sagt Venus, also irgendwie reicht's dann auch mal, ja. Also, irgendwie hab ich dann ja auch mal ein Recht darauf, ähm, hier mal happy in love zu sein, ne. Glücklich zu sein, in der Lebensfreude, in der Lebenskraft zu sein, ja. Ja, äh, optimistisch Zukunft anzugehen und so. Das funktioniert an diesem Punkt nicht, ja. Es funktioniert an diesem Punkt nicht, und, ähm, ja. Da hat, äh, Venus jetzt, äh, in der Rückläufigkeit, ja, rückläufig ist nach innen, ne, ganz, ganz viel verstanden und, äh, kapiert, ja. Und jetzt, so dieses Wochenende wird das ganz, ganz klar gesehen. Und dann kommt man von dem Innen ins Außen und fängt an aufzuräumen. Blockaden klar erkennen, steht an diesem Wochenende an. Klar erkennen, damit man in 22, ne, das ist ja der Wege, der Optionen, der Wahl, der Möglichkeit, ähm, einen anderen Weg beschreiten kann, ja. Einem wird, es wird einem bewusst so, ja gut, hab ich mir so ausgesucht, ne, ist scheiße, weiß ich jetzt. War eine blöde Idee, ne, das sag ich ja, äh, hier zu Hause auch immer. Wir machen das erst mal, dass es eine blöde Idee war, können wir hinterher immer noch feststellen. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, ja, wo festgestellt wird, das war eine blöde Idee. Und dieser Berg muss weg, ja. Diese, äh, Frustration muss weg, ne, das, äh, was mich da blockiert, muss weg. Das muss weg. Ja, finde ich auch gut, weil, guckt mal, so sieht es echt viel besser aus, ne. So sieht es echt viel besser aus. Ist die Bedeutung auch gleich eine ganz andere, ne. Weil das hier ist, äh, die glückliche, heile Familie. Ja, das ist hier eine starke Familienbindung. Das ist hier eine positive Ausstrahlung. Das ist hier Leidenschaft, Sexualität genießen. Ähm, das ist, ähm, das ist, äh, ja, befriedigend, erfüllend, ja. Das ist die absolute Harmonie und Zufriedenheit. Und, ähm, feinstoffliche Energie, das ist ja auch so bombastisch, ja. Das ist, äh, das ist hier bombastisch. Geht aber nicht, ne. Das ist hier blockiert. Das ist hier völlig blockiert, ne. Ja, geht nicht. Ja, muss man das, muss man nicht. Aber, äh, wäre natürlich gut, das dann irgendwie mal anzugehen, ja. Und da haben wir hier schon auf der Rückseite des Kartendecks den kontinuierlichen Fortschritt. Kontinuierlicher Fortschritt finde ich jetzt sehr lustig, ja. Weil wir gestern im Tagesimpuls, ähm, das Licht gegenüber, was, äh, blockiert ist, was nicht kommen kann, ja. Weil der Platz einfach belegt ist, ne, durch irgendwas Toxisches, ja. Und dass dieses Licht gegenüber schon Spinnweben angesetzt hat und viel, 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 viel Geduld bewiesen hat, ja. Ja. Und hier haben wir, ne, den kontinuierlichen Fortschritt, ja. Ja. Und jetzt, äh, kommen hier die erfolgreichen, ne, erfolgreiches Überwinden von Hürden und Blockaden, ne. Erfolgreichen Bemühungen, die erfolgreichen Bemühungen, ne, den Alltag mit Liebe zu erfüllen, ne. Statt mit Frustration, Blockaden, ne, mit Schwere, mit Erdrückender, Schwere, mit Rückenschmerzen, ja. Wegen dem Rucksack voller Steine, ne, ja. Da leistet man jetzt, äh, seine Beiträge, das endlich mal in Luft aufzulösen, ne, ja. Durch Gedanken, Gefühle und jetzt, ne, Venus kommt aus der Rückgleichigkeit raus, ja. Aus der Verkörperung, ne, das Handeln, ihr wisst ja, ne, ohne Arme, keine Kekse, ja. Genau, da. Und da versteht jetzt auch, äh, äh, jemand anderes, das ist, äh, Einvernehmlichkeit. Wow, Einvernehmlichkeit. Da versteht jetzt auch jemand anderes, dass es tatsächlich Zeit ist, äh, weiterzugehen, ne. Dass das ja hier überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, ne. Wow, wow, wow. Hier schaut mal, da haben wir schon wieder, ne. Anderes Kartendeck, anderes Kartendeck, hier, wieder der. Also, Biene, hast du ganz, ganz toll umgesetzt, ne, das muss ich dir ja mal sagen. Hier, wieder, das Schicksal willkommen heißen, ne, Fehu. So, Knaller, oder? Also, finde ich Hammer, wie sie das umgesetzt hat, ehrlich. Hier, schaut mal, die Sonne geht jeden Tag auf und unter, ne. Hier, schaut mal. Ne, und jetzt, jetzt muss man halt überlegen, ne. Soll sie immer weiter untergehen, ne, bis das Kraftfeld hinter diesem Berg, äh, komplett verschwunden ist, ja. Oder, ähm, heißt es dann jetzt doch mal wieder der Sonne entgegen, ne. Und dafür muss einfach eine gewisse, eine frustrierende, blockierende Situation irgendwann mal verlassen werden, ja. Das geht nicht anders. Die Sonne geht jeden Tag auf und unter. Und das Gleiche gilt für die Zeiten in deinem Leben. Ganz genau. Das ist eine Lebensphase, ne, die dazu diente, bestimmte Blockaden, Hindernisse, Hürden, ne. Habe ich euch alles gestern im Morgenimpuls schon gesagt, aufzulösen. Und dann muss diese Lebensphase aber auch irgendwann mal abgeschlossen werden, ne. Muss nicht. Aber im Idealfall ist das so, ne. Erkenne die Schönheit in jedem Sonnenuntergang deines Lebens. Und wisse, dass die Sonne danach, ne, wieder in voller Pracht erstrahlen wird. Beendigungen sind lediglich der Start für einen Neubeginn. Ja. Das ist doch schon wieder krass, oder? Und wir begleiten dich unfehlbar durch alle Phasen. Das habe ich gerade gesagt, ne. Das ist eine Lebensphase, die dann auch irgendwann mal abgeschlossen werden muss, ne. Und Zyklen deines Wesens, ne. Ja. Jetzt hier. Nimm dein Schicksal in Empfang, ne. Öffne dich hier. Puh. Reise vorwärts. Ey, da ist sogar der Arm dran. Jetzt zieht euch das mal rein. Ja, bin ich schon wieder völlig perplex hier. Völlig perplex. Ja, seht ihr gar nicht. Ziehen wir jetzt nochmal Lenoma drauf, ne. Wobei, eigentlich ist damit hier jetzt schon alles. Alles gesagt, ne. Ah, es war so rum. Am geilsten finde ich immer noch dieses kontinuierlicher Fortschritt. Dieses Step by Step, ne. Wo ich gestern dieses Bild gekriegt habe. Also, dass ein Lichtpartner, der die ganze Zeit hinter dem Berg warten muss, schon Spinnweben angesetzt hat. Also, da komme ich ja nicht drüber weg. Ja, dieserjenige, welcher sah extremst gelangweilt aus, ja. Und schon halb vermodert und verrottet. Das kann ich euch sagen. Wann ist die denn endlich soweit? Sehr, sehr schön. So, kontinuierlicher Fortschritt. Oh, sorry. Ein kleines Blockadchen ist da noch. Oh, was? Oh, nein. Oh, scheiße. Oh, so eine kleine Hütte am Rande. Muster erst noch genommen. Oh, nein. Ich will es nicht hören. Ja, habe ich schon alles gesagt, ne. Verlegen wir, würden wir hier jetzt mit den Ländern mal nur eine Wiederholung kriegen. Soll ich aufhören, ne? Ja. Haben wir alles gesagt? Ja, hier, schaut mal. Das muss halt eben beendet, ne. Beendet werden, ja. Losgelassen werden. Und erst danach kommen halt nun mal die Veränderungen, ja. Und die werden sich dann dementsprechend kraftvoll offenbaren. Offenbaren. Ja. Ist, wie es ist. Ja. Und was ist das dann, ne? Das, was ich hier schon die ganze Zeit gesagt habe, ne? Der Lichtpartner. Ja. Hier. Der Lichtpartner. Sag ich doch. Ja, gut. Ihr kennt den Auftrag, ne? Ob ihr Lust darauf habt, ne? Ob ihr soweit seid, ne? Das, wie gesagt, entscheidet ihr wieder selbst. Jo. Dann entlasse ich euch mal. Morgen hören wir gleich zweimal. Morgen hören wir mit einem Wochenorakel. Und auch mit einem Neumondorakel, der neues Entstehen aufbauen möchte, ne? Ich kann euch nur empfehlen, ne? Wie in der Energiearbeit angezeigt. Verbindet euch mit Fehu, ja. Ja. Okay. Dann bis morgen. Bis dann. So.